Wenn Sie einen Trottel gebrauchen können, rufen Sie mich an. Oder auf Wienerisch, wenn Sie ein Weh brauchen, rufen Sie mich an. So ein hoher Samariter zahlt mir höchstens einen Liter und sagt ihm, das verküsse ich dann ein. Da ist ich langsam klar, der letzten nur schnorer und der Blöde bin ich mir nur ein. Drum, wenn Sie ein Weh brauchen, rufen Sie mich an. Wenn Sie das Telefon nicht besetzt, ist das, was ich gerade nicht kann. Weil ich nicht wand und den Trottel kommt, komm ich ein Geh, weil ich bin ein echtes Weh. Weil ich bin ein echtes Weh. Wenn man ein Baby-Sitter braucht oder der Blotten-Spüler braucht, wo man geht am Sonntag auf Nacht, braucht man, wem der parat ist, nach Möglichkeit gratis, der das schnellstens und ordentlich macht. So ein hoher Samariter zahlt mir höchstens einen Liter und sagt ihm, das verküsse ich dann ein. Da ist ich langsam klarer, die Leute sind nur schnorer und der Blöde bin ich mir nur ein. Drum, wenn Sie ein Weh brauchen, rufen Sie mich an. Wenn Sie das Telefon nicht besetzt, ist das, was ich gerade nicht kann. Weil ich nicht wand und den Trottel kommt, komm ich ein Geh, weil ich bin ein echtes Weh. Weil ich bin ein echtes Weh. Wenn Sie das Telefon nicht besetzt, ist das, was ich gerade nicht kann. Weil ich bin ein echtes Weh.